Naja, ein paar Weizen. 4, 2, 1.... 2, 1... 2, 1... 2, 1... 3, 2, 1... Poppoiling... Poppoiling... Gerwig, kannst du da an? Ja, das stimmt. 3 bis 6 oder Psycho-Kluss? 3 bis 6.5? Ja, unter der. Bereit? Ja, du bist schon. Ja, du bist schon. Du bleibst hier, also nochmals. Hinter dem Fuss, hier, vor dem Fuss, hier. Ja. Das ist immer so kompliziert. Ist es gut? Ja, du bist gut. Du kannst schon. Mit den Beinen. Ja, ja. Eine ganze Runde. Eine ganze Runde, ja. Einfach mal vorgehen. Wenn du um Kurven kommst, dann kannst du zuerst einmal die Richtung. Vollgas, Vollgas, Vollgas. Ja. Ja, ja. Sehr gut, oder? Schau mal rein. Ja, je nachdem. Also, die ist jetzt fast nicht an. Ich kippe ein bisschen an. Kommt an die Einde, schmeißt die Kinder. Er gibt immer einen Schüsselchen, oder? Ja, ja. Du musst einfach das Gespül entwicklen. Wenn du das Gespül entwicklen hast, dann kannst du nachher davon putschen. Das ist einfach mega wichtig, oder? Ja. 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 Also. Ja. 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 Du musst nochmal hin und draufklären, so. Das ist eine sehr bequere Zelle. Eine sehr bequere Zelle. Die Bequere Zelle mit dem Front bin ich noch nicht dran. Ja, ja. Hochintensität, Intervall-Trennung. Das ist die 250 drin, ja. Was? Die 250 hast du. Du hast jetzt die Brüssel hin, ja. 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 Tami, willst du gerade noch mal oder nimmst? Also, die Botha ein Mal, ne? Ja. 1, 2, 1. Ja. 3, 2, 1... Gut. Jetzt geht du, Stopp. Es geht sicher, es ist auch grösster, wenn ihr seht, dass es hier ist, dann ist es neu. Ich habe gesagt, ich habe so 30 bis 40 Besuch hinter mir und es kommt so 5 Meter weit, vielleicht manchmal. Wie viele Pumps hast du? Drei, vier. Das schaffst du, aber entweder, warum will ich das Licht verlieren? Jetzt hast du einen ganz hinten. Ich würde natürlich den Wing in die Mittelposition tun. Hinten? Nein, also dahinter. Also dahinter, ja? Ja, dahinter in die Mitte. Oder wenn er so gross ist, würde es aber auch noch eins. Okay, ich finde es ein riesiger Schiff. Ja. Sie waren in die Mitte vorne? Ja. Du mal, du mal zeigen, was du machst. Ah, du hast den Ball dahinter geholt, dann würde es sehr lange. Also du hast den Floss vorne gemacht, dann wird es genau bleiben, oder? Ja, das ist auch gut. Der wird teuer laufen. Achtung, das ist ein kleines, das ist gut. Jetzt kommt er zum Rücken. Das ist gut, oder? Ja, ist schon so. Gut, gut. Gut, also das schaffst du, du kannst schon pumpen. Es ist einfach viel grösser. Jedes Brät ist halt wieder ab und ins Sack, oder? Und zum Paden ist er relativ viel schneller. Dominique, du musst schon mal. Ja. Wenn du ein Hund mal machst, dann kannst du es nachher. Kannst du es noch einmal vielleicht in deinem Sack, vielleicht in deinem Freund? Also bei 41, 1951 suchen. Du brauchst dann einen Zeller. Ja, ja. Das ist einfach beim Hundertsten, ist es einfach okay? Nein, beim Sechshundertsten. Sechshundertsten? Ja. Das war schon mal gut, das vorne wirklich. Das ist schon mal gut zu fahren. Ich habe einen Schluck aufs vorderbein. Ups. Ich muss weniger als 3-Bot zu holen. Das ist nachher mal umschrauben. Ja, mach den mindestens einmal wieder. Schön, schön! Der kommt, der kommt, der kommt! Genau, das will ich filmen. Das ist bestens. Die sind hier. Der kommt, der kommt. Die sind hier, der ist hier, der ist hier. Der kommt. Ja, das ist gut. Das Problem ist, dass wir nach 4. Versuchung gesehen und nach 4. ist immer noch geschehen auf Licht. Ja, das ist am Anfang so. Du musst doch gar keine Wetschung nehmen. Nein, du kannst mit Jeans gehen, das ist ein Lackgeschirr. Wetschung! Das ist ein Lackgeschirr. Ich möchte es gar nicht probieren. Dann findest du, dass es genau so ist. Ja, kannst du probieren. Sonst hältst du etwas. Wenn du ein bisschen reinläufst, bringt es wahrscheinlich etwas. Oder wenn du ein bisschen Speed gibst. Ja, ein bisschen vorleckeres Brett. Weißt du was? All diese Ausbildungen kennen wir schon. Wenn das Brett klinger ist oder den Wing weiterführt. Irgendwann wird es besser aus. Ja, es ist am besten immer immer das Gleiche. Das habe ich auch gemerkt. Ja, es ist halt immer anders. Ja, es ist halt immer anders. Es ist ein bisschen mehr Volumen. Wenig Gewicht ist gut. Ja, es ist hoch. Ja, es ist hoch. Ich weiss nicht, wo mein Brett durchspricht. Ja, siehst du. Mach es nicht einmal. Mach es auf. Ja, siehst du. Ja, siehst du. Ja, siehst du. Ja. Probier mal mit dem Wing oder mit dem Wing. Probier mal mit dem Wing. Ja, siehst du. Ja, siehst du. Ja. Ja, siehst du. Ja. Ja. Dann haben wir alle gehabt. Das ist gut. Ja. Ja, ich bin gerade da. Ja, ich bin gerade da. Ja, ich bin gerade da. Ich bin da da. Ja. Ja, komm. Ja. Du stehst dann wahrscheinlich am besten gleich zu hin, um diese versetzen. Aber, auf den Kopf. Ja. Das ist noch hinten auf die Wiese, da ist ein Schrauber im Wasserland. Na ja, schade, das ist schon passiert. Du hast noch einen 24? Wie heisst der? Kuba, hast du noch einen 24? Hinten, kurz. Mach mal in die Mitte. 3, 2, 1. Können wir stehen, bitte. Komm mal am Land. Wir machen etwas hier. Wir machen etwas hier. Du bist buffy, he? Da musst du zählen. Da bringst du zählen. Links. Rechts. Links. Links. Da probierst du möglichst drei Linien und zwei Plätze dazwischen. Okay. Da gibt es einen Schein. Das ist durchре Westen. Er ist préf diret. Ob das sind tronende Brotchen kommen. Sie factorn maskedify. Abenteil muss die Viseswischen. Um grundlegend, kommen alle Knäikkungen in der Nähe земl? Und dann am Wind. Ja genau. Darum übst du zuhause. Das ist alles auch gemacht. Das ist ganz wichtig. Ich bin gerade in Kaputte 420. Du hast nicht die Suche dabei, oder? In Kaputte 420. Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Das ist direkt ein guter flimmig. Und dann an die Pflanz. Die Reine benötigen sich der Gründer. Die Gäste in derfficierenden Gäste. Die Gäste starrt. Denn dann werden die GästeMärkte und das Gäste in der Gäste führen. Die Gäste und den Gäste in die Gäste. Die Gäste. Das ist hier die Gründer der Gäste. Ja, genau. Ja, schön. Vielleicht musst du ihn voll langsamer, ein bisschen weiter vorne stehen. Ja, genau. Längsamer? Aha. Warten, bis es wieder etwas hochkommt und dann wieder runter drücken. Es kann sein, dass es schon hochkommt und wieder runter drücken. Ja, also du musst dich einfach hochkommt, oder? Du musst dich einfach hochkommt. Ja, frei. Also, dass du hochkommst, schon wieder runter drücken. Freie länger warten bis... 1, 3, 2, 1... Gut, 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 gut. Jetzt sind wir gar nicht die andere. Du musst nur nach hinten fallen, aber du wirst wahrscheinlich gar nicht richtig auf die andere. ... 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